In diesem Video setzen wir uns damit auseinander, was Anomalien in relationalen Datenbanken darstellen. Zuerst einmal, im Regelfall gilt es Anomalien zu vermeiden. Und durch richtige Normalisierung können Anomalien auch in relationalen Datenbanken eigentlich vermieden werden. In der Regel reichen uns dafür die ersten drei Normalformen. Zum Thema Normalisierung werde ich euch ein weiteres Video hier reinstellen und auch, sobald es fertig ist, verlinken. Ihr bekommt mit diesem verlinkten Video dann die Möglichkeit, die Normalisierung anhand der gleichen Beispiele nachzuvollziehen wie in diesem Video. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, was für einen Quatsch wir als Informatiker mit unseren Datenbanken eigentlich machen können, den wir eigentlich besser unterlassen sollten, sprich, welche Anomalien wir wie produzieren können. Beginnen wir aber mit der Löschanomalie. Dazu schauen wir uns im ersten Schritt einmal die Definition der Löschanomalie an. Eine Löschanomalie entsteht, wenn durch das Löschen eines Datensatzes mehr Informationen als erwünscht verloren gehen. Sie entsteht, wenn ein Datensatz mehrere unabhängige Informationen enthält. Hört sich jetzt erstmal kompliziert an, ist aber relativ einfach. Wir schauen uns das Ganze anhand des Beispiels der Firma Hyper EDV an, die aktuell eine unnormalisierte Datenbank zur Verfügung hat. Diese Datenbank besitzt eine Tabelle und ein paar Bestellungen. Wir sehen in der Tabelle gibt es Kundenartikel und die erwähnten Bestellungen der Kunden. Kommen wir jetzt auf die nicht ganz so empfehlenswerte Idee, den Datensatz in Zeile 2 zu löschen, aus welchem Grund auch immer, verschwindet unser Keyboard DE6 aus der Datenbank mit der Information der Artikelnummer und des Preises. So einen Datenverlust solltet ihr dringend vermeiden. Das Ganze könnt ihr durch die Anwendung der Normalisierung erreichen. Als zweiter, nicht wünschenswerter Effekt schauen wir uns nun die Änderungsanomalie in einer Datenbank an. An dieser Stelle wieder ein Schwenk zur Definition und die lautet folgendermaßen. Beim Ändern von Daten in einer Datenbank spricht man von einer Änderungsanomalie, wenn nicht alle redundanten Vorkommen eines Attributwertes zugleich geändert werden. Dies führt zu inkonsistenten Daten. Wir merken uns erstmal die Wörter redundant und inkonsistent und werden uns jetzt erstmal mit dieser Definition auseinandersetzen. Am Ende werden wir merken, ganz so schwer bzw. ganz so kompliziert ist es dann doch nicht. Schauen wir uns dazu wieder ein Beispiel an von unserer Hyper EDV. Wir sehen jetzt an unserem Beispiel, dass wir den Ludger Sievert haben. Und jetzt stellen wir uns mal vor, der Ludger Sievert heiratet und ändert seinen Namen. In unserem Fall heiratet Ludger Sievert nun Kerstin Müller und nimmt auch ihren Nachnamen an, was wir gleich in unserer Datenbank vermerken wollen. Jetzt müssen wir beim Ludger allerdings alle Einträge ändern. Jetzt denkt ihr, zwei Einträge ändern? Ach, ist doch nicht die Welt. Ja, das ist richtig. Aber wenn wir uns eine Datenbank vorstellen mit 100.000 Datensätzen, dann kann das schon relativ schwierig werden, da den Überblick zu behalten. Wir sprechen in dem Fall dann von inkonsistenten Daten, wenn die Daten nicht mehr zusammenpassen. Bedeutet, wir haben einen Eintrag mit Ludger Sievert und wir haben einen Eintrag mit Ludger Müller. Das bedeutet also, die Daten in der Datenbank sind nicht mehr korrekt bzw. sie sind inkonsistent, weil sie widersprüchlich sind. Außerdem haben wir vorhin das Wort Renundant gehört. Von Renundanten Daten sprechen wir, wenn die Daten, wie wir ja gerade gesehen haben, doppelt vorkommen. Es gibt mehrere Einträge zu unserem Ludger und auch mehrere Einträge zu uns Oecker. Bedeutet, wir haben in dieser Datenbank bzw. in dieser Tabelle Renundante Daten. Als guter Informatiker lässt man weder Renundante noch inkonsistente Daten erst aufkommen. Auch hier gibt es nur eine Lösung und die lautet Normalisierung. Am Schluss müssen wir uns nochmal über die Einfügeranomalie unterhalten. Machen wir mal einen kleinen Exkurs zu den Primärschlüsseln. Primärschlüssel sind die Attribute, die unterstrichen sind und diese kennzeichnen einen Datensatz eindeutig. Es gibt immer nur einen Kunden mit der Nummer 1 und auch nur einen Artikel mit der Artikelnummer 113366. Bedeutet, diese Spalten eignen sich für den Primärschlüssel, da diese Spalten diesen Datensatz zweifelsfrei kennzeichnen und wirklich nur einmalig vorhanden sind. Wichtig ist, dass dieses Feld niemals leer bleiben darf. Generell sollte in einer gut durchdachten Datenbank kein Feld leer bleiben, aber beim Primärschlüssel ist es technisch auch nicht anders möglich. Wir müssen bei diesen Spalten des Primärschlüssels auf jeden Fall also einen Wert eintragen. Und auch hier zuallererst nochmal die Definition der Einfügeranomalie. Beim Einfügen von Daten in eine Datenbank spricht man von einer Einfügeranomalie, wenn ein neues Tuple in die Relation nicht oder nur schwierig eingetragen werden kann, weil nicht zu allen Attributen des Primärschlusses Werte vorliegen. So können beispielsweise Informationen nicht aufgenommen werden, da andere in diesem Zusammenhang uninteressante bzw. in diesem Zeitpunkt unbekannte Angaben fehlen. Jetzt gucken wir uns nochmal unser Beispiel an und wir möchten einen neuen Kunden anlegen, und zwar den Markus Müller. An der Stelle müssen wir aber nun gleichzeitig auch die Spalten Bestellnummer und Artikelnummer befüllen, da es sich hier ebenfalls um einen Primärschlüssel handelt. Hat Markus Müller aber noch nichts bestellt, sondern soll erstmal nur als Kunde eingefügt werden, funktioniert das technisch nicht und das kommt zu einer Einfügeranomalie. Als gute Datenbankentwickler müssen wir dem Anwender natürlich die Möglichkeit geben, dass dieser nur einzelne Kunden separat ohne eine Bestellung oder ohne einen Artikel in die Datenbank einträgt. Auch hier hilft uns an der Stelle wieder die Normalisierung, dass dieses Problem gar nicht erst auftritt. Das war mein Video zum Thema Anomalien aus der Reihe Datenbanken.